Ja, Jase bekommt ja jede Woche eine Aufgabe von mir, die sie erfüllen muss für heute morgen fürs Live. Jase sagt ja mit dem Titel Wetterroulette. Immer zur vollen und zur halben Stunde präsentiert Jase ja wie gewohnt das Wetter, allerdings immer in einer anderen Rolle. Und deswegen drehe ich jetzt wieder ein Glücksrad, mal schauen, was rauskommt. Ja, richtig doll, vielleicht geht's dann kaputt oder so. Präsentierst du das Wetter bitte jetzt in deiner Rolle als Rekommandeur am Nürnberger Volksfest? Kommen Sie ran, kommen Sie rein, wir drehen noch eine Runde mit dem Wetterkarussell. Haltet die Schlüppis fest, das wird eine wilde Fahrt mit viel Regen. Heute Mittag vor allem neue Runde mit 5 Grad und jetzt nochmal rückwärts. Haltet die Schlüppis fest? Die sagen noch solche Sachen. Und? In Babysprache. Das Wetter macht heute nicht Ei-Ei, da braucht Baby aber keine Angst haben. Ganz viel Regen ist unterwegs. Als Opernsängerin. Mi, 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 mi. Es sind nur 4 Grad. 5 Grad werden noch draus. Immer wieder Regen. Heute. Mama Mia. Mama Mia, let me go. Präsentiere das Wetter vielleicht etwas unverständlicher jetzt mit der Maulsperre, bitteschön. Also heute ist es eher grau, also es ist nicht so richtiges Hinterwetter, sondern grau und regnet. 4 Grad momentan, 4 Grad und 5 Grad die Maxi-Werte. Schöne Zähne hast du. Bitte präsentiere dein Wetter während eines Handstands. Du weißt genau, ich kann keinen Handstand. Auf die Plätze, fertig, los, hoch! Es regnet 4 Grad momentan, 5 Grad die Maxi-Werte. Lass mich runter! Geht's dir gut? Gönn dir morgens Energy am Morgen mit Jase und Marc. Montag bis Freitag, 5 bis 10 bei Energy. Energy. Hit-Music only.